Ich lerne Deutsch. Nummer 9318 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Ich habe gerade mein Auto vollgetankt. Das Tanken kostet mehr als 100 Euro. Ich habe gerade mein Auto vollgetankt. Das Tanken kostet mehr als 100 Euro. Ich möchte dir dabei helfen, den Boden zu saugen. Ich möchte dir dabei helfen, den Boden zu saugen. Ich möchte dir dabei helfen, den Boden zu saugen. Manchmal kommen einem die besten Ideen in den am wenigsten erwarteten Momenten. Manchmal kommen einem die besten Ideen in den am wenigsten erwarteten Momenten. Die kleine Mia träumt davon, eines Tages eine erfolgreiche Influencerin zu werden. Die kleine Mia träumt davon, eines Tages eine erfolgreiche Influencerin zu werden. Der Felsen ist sehr steil, bitte hilf mir und gib mir deine Hand. Es war nicht gut. Ich muss es umschreiben. Es war nicht gut. Ich muss es umschreiben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich muss es umschreiben. Ich muss es umschreiben. Bis zum nächsten Mal.